Unterricht? Das sieht bei mir so aus. Können wir bei der Recherche am PC-Musik mit Earpods hören, Herr Mittelbach? Eine Schülerin richtet diese Frage an mich in einem terminierten Gespräch, während alle anderen SchülerInnen in und außerhalb des Fachraumes individuell an etwas arbeiten. Diese Frage taucht immer wieder in Gesprächen zwischen mir, dem Auftraggeber, dem Stakeholder und dem Produkteigentümer, dem Product Owner, auf. Nach der Klärung dieser Frage beginnt dann die Arbeit, der sogenannte Sprint. Ich spreche von einem kleinen Ausschnitt von Arbeit aus dem agilen Rahmenwerk Scrum. SchülerInnen, die in Scrum-Teams organisiert sind, sollen im Fach Naturwissenschaft und Technik ein selbst geplantes Produkt zum Thema Luftfahrt erstellen. Dafür haben sie acht Wochen Zeit im Fachunterricht. Die SchülerInnen arbeiten im Moment an verschiedenen Aufgaben im Klassenraum. Eine Schülerin baut an einem Modell eines Flugzeugflügels, ein anderer Schüler recherchiert im Internet und eine weitere Schülerin baut gerade ein Stativ für ein iPad auf, um ein Erklärvideo mit der Legetricktechnik zu produzieren. Es sind nicht viele SchülerInnen anwesend, da einige SchülerInnen außerhalb des Klassenraumes in den Teams arbeiten, das Scrum-Tagebuch ausfüllen oder an einem Labbook arbeiten. So sieht es bei mir im Unterricht aus, der sich an agilen Prinzipien und Methoden orientiert. Mit dem agilen Rahmenwerk Scrum zu unterrichten bedeutet, in einem klar definierten Rahmen mit einem klaren Produktziel, eindeutigen Rollen und Aufgaben, eine kreative und individuelle Lösungswege ermöglichende Lernumgebung zu schaffen. Agilität in der Bildung passiert nicht einfach so. Agil ist keine Methode, agil ist eine Haltung, eine Denkweise, eine Kultur. Mein Name ist Tom Mittelbach. Ich bin Vater von drei Töchtern, seit 2022 auch ein junger Opa und schon immer sehr interessiert an Veränderung und an Neuem. Ich habe vor meiner Tätigkeit als Fachlehrer in Baden- Württemberg als Streetworker gearbeitet. Das ist aufsuchende Jugendsozialarbeit im Milieu. Als Streetworker habe ich in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gearbeitet und habe festgestellt, dass diese jungen Menschen sich sehr gut anpassen können und in der Lage waren, auf unerwartete Einflüsse und Veränderungen zu reagieren. Als Streetworker musste ich ebenso auf unerwartetes reagieren können. Kein Tag liegt dem anderen und nichts war sicher. Die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen war und ist gekennzeichnet durch häufige Umbrüche, individuelle Herausforderungen und schwierige Lebensphasen. Die Beweglichkeit im Leben der Jugendlichen war die logische Reaktion auf ihre nicht planbare Lebenssituation. Das Anpassen und die Änderung von Planungen gehörten in der Streetwork für mich zum pädagogischen Alltagsgeschäft. Nur so konnte ich den Bedürfnissen der Klientinnen gerecht werden. Das hat man damals nur noch nicht agil genannt. Man steigt nie zweimal in denselben Fluss, denn alles fließt und nichts bleibt. Mit diesen Worten soll der griechische Philosoph Heraklit seine Lehre zusammengefasst haben. Alles ist in Bewegung, nichts bleibt stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017